Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja schon öfters darüber berichtet, zuletzt, dass Blizzard's Ticket-Bann-System-Customer-Support ein absoluter Witz ist. Und ich bleibe dabei, nachdem ich diese Bilder gesehen habe, das ist eines der lächerlichsten Dinge, die ich je gesehen habe. Aber wir gucken uns den Fall mal an. Letzten Endes wurde ein Spieler gebannt, weil er einfach nur anderen Spielern helfen wollte. Es hat gezeigt, wie groß die Macht von Boostern ist und diesem Mass-Bann-Feature oder Mass-Report-Feature. Und es zeigt auch mal wieder sehr, sehr gut, dass der Blizzard-Kundendienst absolut keinen Fick mehr gibt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber anders kann man das nicht erklären. Um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, müssen wir uns nochmal das Chat-System angucken. Es gibt ja seit letztem Jahr irgendwann, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, diesen Channel-Dienste. Bei mir ist er jetzt fünf. Kommt drauf an, wie viele Chats ihr sonst habt. Und hier sind jetzt halt sehr, sehr viele Leute dabei, die immer rumspammen und schreiben, dass sie Mythisch-Plus-Boosts, Führer-Boosts und so weiter und so fort verkaufen. So weit, so gut. Dafür hat Blizzard ja extra diesen Kanal gemacht. Allerdings ist dieser Channel natürlich auch eine Möglichkeit dafür, zu bewerben, wenn man Leuten einfach so helfen möchte, also sie boosten möchte, aber ohne Geld dafür zu verlangen. Und das hat ein Reddit-User getan namens Christopher. Der hat in eben jedem Chat sehr stark dafür geworben, Leute kostenlos zu helfen, ihren Curved-Erfolg, also Führer-KC zu bekommen. Und letzten Endes hat er dafür einen fetten Bann bekommen. Die Frage nach dem Warum ist relativ einfach. Er war den Leuten, die Gold dafür haben wollten, ein Dorn im Auge. Klar, letzten Endes gehen die Leute dann natürlich lieber damit, wo es kostenlos ist, anstatt Geld auszugeben. Und viele von diesen Boostern und so weiter haben ihn mass-reportet. Das passiert dann halt ganz einfach, indem, hat mir ja schon mal, es reicht, wenn 15, 20 Leute innerhalb kurzer Zeit gleichzeitig hier über Spieler melden gehen und irgendwas auswählen. Zum Beispiel hier Spam-Boosten, absichtlicher Abstieg, keine Ahnung. Und das reicht für das System von Blizzard, dass da keine Sau mehr drüber guckt und der betreffende Spieler gebannt wird. Das ist auch im Fall von Christopher passiert, der sich dann, und das muss man mal bedenken, das Ding hier hat sich über fast drei Wochen gezogen. Das ist ein absoluter Witz. Wir sehen hier, er hat geschrieben, three weeks ago, das Thema gepostet wurde, vor, wenn ihr dieses Video seht, drei, vier Tagen, ähm, dass er, oder er schreibt, an welchen God-Gamer auch immer, an wen es betrifft, äh, es sieht so aus, als hätte euer System, mein Account, äh, in korrekter Weise, ähm, gebannt, aufgrund von Mass-Reporting von einigen Leuten. Und er hat nochmal beschrieben, er hat der Community einfach nur geholfen, Amir Drassil zu clearn, das hat einigen nicht geholfen. Und hier schreibt er nochmal, er war eine Woche davor gebannt, ähm, für dieselbe Scheiße, sorry für den Ausdruck, und er wurde, der Bann wurde aufgehoben, als wäre nichts passiert. Ähm, und danach, eine Woche später, ist er halt wieder gebannt. Und dann geht's halt los. Erstmal, greetings, this action has been taken in accordance with our terms of use and our in-game policies, blablabla, erste automatisierte Nachricht. Er schreibt rein, äh, er hat nichts getan, was diesen Bann rechtfertigt, er hat nur Leuten geholfen, den Erfolg zu bekommen, es gab nicht mal Werbung dafür, er wurde mass-reported von Leuten, die ihn gebannt haben wollten, und so weiter und so fort. Er hat deswegen auch das Hearthstone-Event verpasst, weil er gebannt wurde, etc. Ähm, danach gibt es, äh, eine Antwort drauf, dass, ähm, sich ein Game Master das angeguckt hat, er kann diese Items nicht wiederherstellen, warum auch immer. Ich denke, da ging's dann um diese, ähm, Hearthstone-Geschichte, aber das hat ihm letzten Endes immer noch nicht geholfen, und so weiter und so fort. Christopher schreibt, äh, einfach wieder drauf, er wurde unkorrekt, ähm, oder unverhältnismäßig gebannt. Zweite automatisierte Antwort. Daraufhin schreibt Christopher, hallo, wieder mal, zum vierten Mal heute. Das ist jetzt schon die zweite automatisierte Nachricht, die ich bekommen habe. Was bekommt er darauf als Antwort, nach über einem Tag warten? Richtig, eine automatisierte Nachricht. Wir kommen wieder zu Christopher, der seine fünfte Nachricht schreibt, und die dritte automatisierte Nachricht bekommen hat. Und ja, viel mehr Infos gibt es aktuell dazu auch nicht. Äh, hier sehen wir eine Nachricht von seinem allerersten Bann, wo ein Game Master direkt geantwortet hat und gesagt hat, okay, ähm, da ist der Bannhammer einfach zu früh eingeschlagen, und sie nehmen die Aktion zurück gegen ihn. Und jetzt sehen wir, das ging innerhalb von scheinbar sehr, sehr kurzer Zeit, und im aktuellen Fall rödelt er seit über drei Wochen damit rum, dass er, äh, keinerlei Antwort bekommen hat. Und, äh, wie gesagt, erste Nachricht vor drei Wochen, dann hier zwei Tage ago, hat sich nichts getan. Blizzard hat seinen Account nicht entbannt und so weiter und so fort. Und ich bleibe dabei, der Kundendienst und dieses ganze Featuring, äh, was Featuring? Äh, Reporting-System und so weiter und so fort ist einfach riesengroßer Müll. Also, Leute können das Ding missbrauchen, um andere Spieler zu bannen, und das kann es so definitiv nicht sein. Ich werde auch so lange weiter Videos draus machen, bis vielleicht irgendwann mal was passiert, heißt also, ich mach das bis zu meinem Tod. Ähm, dementsprechend, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen Geschehnissen denkt. Ähm, teilt das Video auch gerne, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu schaffen. Und damit bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.